TURN DOWN FOR ONE Denken sie dran immer schön die Leute von der Triade von der Fahndungsliste Sonst kommen wir wieder Also zwei Leute laufen schon vor mein Auto Alter das ist sowas von nicht zu glauben Ich glaub denen werden wir noch öfters begegnen den Typen Na ich glaub auch Weil die irgendwie Es war über der Kopf Ist das der einzige Kopf hier auf dem Server oder wie? Ne ne es sind genug aber ich hab bisher auch noch keinen anderen gesehen Leute Zurück zu den Autos Wo wollen wir denn mal hinfahren? Mal ein bisschen weiter fahren? Wir sind ja irgendwie immer nur ein Kavanner Das ist das Problem die Leute sind nicht so ganz aufgeteilt hier Wir müssen mal schauen dass wir mal Wir fahren mal kurz zum HQ und checken das mal ab Ich glaub mal wir stürmen mal das HQ Alles geblieben? Ja das Problem ist am HQ können wir auch nichts ausrichten Und Doch Leute Leute du bist wirklich Oder gefangen denn? Bekommt man Bon Echt? Weil Weil ich Achso und die bekommt man Bann Lol Erclaim das mal Bau scheiße Ich bekomme mal ein Bann Und gleich scheiße was ist RDM Da vorne ist ein Quad wir verfolgen die gleich beim umdrehen Wenn die gleich da sind drehen wir um Ja auch schon wieder ein Kopf Und Wir drehen um 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 Vorsicht Dann Da wieder Den Kopf holen wir uns Friesy holen wir uns Wir sind Kopfjäger gerade Friesy 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 R todd Friesy Friesy Wesen Friesy 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 und so verfolgt haben ja ja genau die bestreite die Leiterung seiner Opfer der Herbstahl und Blüten und da wird die alle Küsse auf dem Sack das geht welche von der Frau auf dem Weg ja auch mit dem Wort ein Fahrzeugen das an die Gäste ja man für die Jahre war ja und er wird sich auf die eingeballert haben danach erst mal aber erst mal mit dem Titel ist es richtig krass es war cool für uns aber die Wurzeln aber die war nicht so toll weil wir die einfach rausgepflückt haben aber komm mit dem haben wir ja ja alles umratzen da haben sich aber Leute richtig beschwert oh das stimmt ist er da vorne da vorne ist er oder doch das ist er da ist er wir sehen uns doch das ist er das ist er macht hinne macht hinne das ist Chris das andere Polizist wir holen uns Chris weiter vorne ist der andere das leute das leute wir haben nach vor Chris Christus Relief Polizist wo keine Sorge ich krieg das hin was er ist in Wirklichkeit Polizist ja ja der war jetzt kann man ja so nebenbei immer erzählen der war jetzt zuhause weil auf einem 15-jährigen von Molotow-Kopf abgeworfen wurde was aber kein scheiß nein im Ernst jetzt und dem kann man es glauben aber ich weiß wo es klingt ich glaube ich aber den kann man glauben wer ist denn der der ist ich glaube 20 ok kann man ja benüftigt mit dem Labern guck da was zu bieten los Leute los Leute macht hin anschreiben soll ich ihn anschreiben nein 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 ich dräng mich jetzt vor ihm sichert vorn und hinten ab jetzt kommen wir fliegen in die Luft fliegen so was nein nein wir schaffen das schon irgendwie er hat Panik der hat Panik ne Todesgrube aufpassen Todesgrube treiben boah ich bin gerade rausgetapft für einen kurzen Moment wir könnten mit dem einpacken ich nehme bitte im Zimmer von der Halle ne Todesgrube schaffe ich nicht oder wir nicht mit dem Wagen ooooh mein nein 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 ich bin doch noch da los fahrt ihm schneller hinterher ist doch alles ok ist nichts kaputt ich hab ihm mal ne Nachricht geschrieben ok dann ist er sofort anhalten ich glaub er hält an 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 ooooh oh wie breps 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 scheiße jetzt rechts rechts links 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 oh loo ich hab lags nein die lags neiiiin die lags der fack der lags alter so jetzt erst los aussteigen 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 los 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 verteilt euch verteilt euch verteilt euch verteilt euch verteilt euch kommen noch andere Kops sag das mal durch es kommen noch andere Kops wir brauchen alle Jungs hier verteilt euch verteilt euch auch auf der anderen Seite verteilt euch überall verteilt euch überall kein Schussbefehl schießen erst wenn die Kops Druck machen verteilt euch überall auch in den Wäldern überall verteilen wir brauchen überall alle Leute los 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 aussteigen Pedi du siehst noch was wenn ich hier so lege und war aufm Boden aufm Boden er schießt ihn 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 wo ist er hin wo ist er hin selbst schuld juhu ich loot ihn erschossen ne ist auch richtig selber schuld ich hab ihm gesagt Waffe aufm Boden wenn er zwölf Leute sind der schießt trotzdem mit dem Taser ist er selber schuld die Kops kommen alle alle an der Todesgrube verteilen an dieser an dieser los fahrt kurz zurück mit den SUVs und verteilt euch dort in der Grube drinnen er hat seine Waffe ich höre noch eine Sirene warte warte ich höre noch eine Sirene warte warte hier kommt noch ein Burle ist kein Ding ist kein Ding dies nicht schießen 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 wer schießt da 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 keine Ahnung ist aber keiner von uns war auch zu schießen das ist keiner von uns der ist weg also einstellen du sagst wo bist du ok der Kopf ist weg Leute der eine wollte sie nicht hören Alter das Bullenauto ist offen was alter krass wie gesagt mir ist nichts passiert selber schuld oder es fehlt auch einer von uns oder nicht nehmen wir wir nehmen das Bullenauto mit Leute wir haben jetzt ein Bullenauto und wir haben Bullenkleidung aber wir haben keine Repackle oder DPS Alter das Bullen ach ne habe ich schon bei mir mit Leute verteilt euch mal wieder auf die Autos Heli Heli in der Luft Heli 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 mehrerer mehreren Pops mehreren kommen mehreren kommen feuerfreigabe auf die Hellcat los 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 der Hummingbird okay Feuer einstellen Feuer einstellen Alter das sind einfach 10,15 Leute die auf die einschießen die hat was abbekommen die hat was abbekommen definitiv die das ist der Hummingbird holt den Hummingbird auch aber wo ist der Hummingbird? Notar, Notar, Notar nicht den Hummingbird runter holen an alle alle passt auf links auf den Berg passt auf links auf den Berg die könnte den Sniper auf den Berg ablassen die könnte den Sniper auf den Berg ablassen das könnte auch sein wir machen das anders wir verstecken uns in der Stadt los 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 Geländewagen da sind zwei Fahrzeuge geht in die Autos geht in die Autos geht bitte in die Autos alle in die Autos ich bin drin ich bin drin bist du im Auto drinne? falscher Wagenkriegautor ja egal äh Paddy äh warte dann fahr ich ja genau kommt, 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 kommt das zu sein ok lekt sie um, 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 lekt sie um schieß einfach in den Wald rein, in den Wald rein ich stell mich schwer schieß ab schieß ab boah haben wir den? schieß auf den, schieß, schieß den Wagen kaputt mach ich, der ist tot, 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 stop, stop, stop stopp 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 ja ey fett ich hab'n selben Moment wie du auf die Fläche gestochen nee, Tommy gut zurück zurück in die Autos, zurück in die Autos, zurück in die Autos, alle in die Autos, wir fallen jetzt los wir fallen jetzt los, wir fallen jetzt los zurück in die Autos, bitte, ruhi als klar so viel Sater verpforst oh das war doch mal geil man in die Autos, alle mal in die Autos, nehmt den Kopfwagen mit ja genau, nehmt alles mit ja, mach ich alle Fahrzeuge am besten mitnehmen, die hier sind ja, ich will ja sehr schön oh, so macht das doch Spaß vor allem, wenn es über zwei Autos normalerweise könnten jetzt zwölf bis fünfzehn Cops grad online sein oh, es kommen auch die meisten grad online zwei, vier, sechs, sieben sinds gerade ja, guck mal, wann der jetzt da online gekommen ist ich kann das Blaulicht nicht ausmachen die hat aufgestiegen, hat hier Helium postet ja sieсть jetzt, gut, das heißt die ist hier irgendwo gut die ist hier irgendwo die sind in Boston ja Limon aber Peggy, Peggy ja, scheiß drauf, sie, scheiß drauf, wir fahren in die Stadt rein was denn ist schon gut boah, es ist echt nervig, ey ja, lass die steht, Alter dann lass den Wagen, lass den Wagen bitte stehen weil das ist ohne Witter das ist eh.. das ist überall lass den, lass den Wagen stehen, der blendet zu sehr der ist zu auffällig der ist zu auffällig der wird geschossen Weg, 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 fahrt los, fahrt los, fahrt los, fahrt los, fahrt los. Wir haben einen verloren, wir haben einen verloren. Nein. Ich sagte doch, könnte 3D. Gibt es da noch jemand? Boah, Alter. Lass den Wagen stehen, lass den Wagen stehen, lass den Bullenwagen stehen. Lass den Bullenwagen stehen, diesen einen da, der beleuchtet. Der mit Blaulicht, der soll rechts ranfahren, an der Kirche, wir gehen zur Kirche. Rechts zur Kathedrale. Wir verteilen uns alle in den Häusern, oder? Wir verteilen uns hier überall auf der Straße. Überall verteilen. Auf der Straße? Ey. Ja, 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 warte. Halt überall verteilen, einfach verteilen. Steig aus, steig aus. Ich stelle das Auto quer. Penny, ich bleib beim Boss Penny. Ja, ja, ich stelle das quer nur. Verteilt euch überall. Überall verteilen, hier wo wir sind. Stellt die Autos einfach auf die Straße. Penny und ich bin ein Zweier-Team. Autos abschließen. Autos abschließen, ja. Autos abschließen, machen wir es so. Ich habe nur noch ein Magazin. Hier, Patty, hier, Patty, hier, Patty. Hier, Patty, hier, Patty. Hinter dir, hier, hier, guck mal. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir vorhanden? Boah, ich habe keine Ahnung. Oh, Leute. Da ist schon einer drin in dem Haus. Mach so eine Sperre, so eine Straßensperre mit den Autos. Dann würde ich sagen, geben wir echt... Die kommen von hinten. Die kommen von hinten. Ja, ja. Deswegen. Verteilt euch in den ganzen Häusern, Leute. Verteilt euch in den Häusern. Überall müsste jemand sein. Wir dürfen nicht zu nah beieinander sein. Seht ihr den Heli? Seht ihr den Heli? Ich habe kein Nachtsig-Gerät, das ist die Scheiße, Mann. Ich habe auch keins. Ja. Leute, hat irgendwer ein zweites Nachtsig-Gerät oder ein drittes sogar? Six. Regroup. Der Kopf hatte eins, habe ich konfliktlos. Der Kopf. Äh, der Kopf. Kopf. Obwohl, könnte man doch... Ich habe einen Neid inzwischen vom Kopf aufgehoben. Ist das jemand? Ja, Patty. Ja, Patty. Kommt zum Fressnetz-Wieber-Netz-Wieber-Netz-Wieber-Kathedrale. Von der Kirche. Die ist hier. Night Stalker. Keine Night Stalker. Night Stalkers viel wert. Ich habe eine Patty. Ja, Patty. Ja, wäre super. Tänk'i raus. 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 Äh, gibt mir einer. 80-Gerät. Och cool. Jo, danke, Alter. Danke. Kein Problem. In Deckung, in Deckung, in Deckung, in Deckung. Alle meine Deckung. Alle meine Deckung. Hierher. Das ist eine Häuschen. Ich weiß gar nicht. Europa die Säule aber hier bei dem kleinen Auto zerstörten guter Wachstum ich bin hier so hinter ich bin jetzt auch natürlich das stimmt und die Tüten für die Gegenseite warum und das wir machen es so zurück in die Autos die von Richtung Kavala wir fahren zurück zur Basen müssen wir erst mal ein für ein paar Verluste